Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir zocken jetzt das Fynn-LMG, wir zocken das Zuschauer-Load, YouTube-Zuschauer-Load, eure Wahl vom letzten Video. Das Fynn-LMG mit Chainsaw-Aufsatz, dazu eine knackige Armbrust. Load-Od werde ich nach der Runde nochmal einblenden, habe ich komplett verplant. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert und Daumen nach oben gebt. Und jetzt kommt, schreibt mir gerne wieder ein Load-Od in die Kommentare. Das Load-Od mit den meisten Likes wird beim nächsten Mal gespielt. Das heißt, kräftig kommentieren, aber eben, falls ihr den Load-Od findet, was euch gefällt, auch kräftig liken. Kuss geht raus für dieses mehr oder weniger tolle Load-Od. Vielen Dank, viel Spaß beim Video. Gerade eingeschaltet und der Bart ist ab. Insane in Klammern Fan. War das nicht dein Fan? Ja, richtig, Leute. Gut, dass ihr das richtig geil, dass ihr euch das so gut merkt, Leute. Finde ich richtig gut, ohne Scheiß. Real Talk, finde ich richtig gut. Warum bist du nicht Sänger geworden, bro? Es gibt so viele Leute, die das ultra gut können. Und... Äh... Ja, es gibt so viele Leute, die das einfach wirklich können. Also richtig, richtig, noch, noch tausendmal besser als ich. Und... Noch mehr dafür brennen. Und... Ja, die Konkurrenz ist einfach so groß und alles. Deswegen... Wuhu! Let's gigity go! Sing mal was! Ja, guck mal, ich hab zum Beispiel... Ich bin der singende Sniper. So, das ist in Ordnung von mir, weißt du? Von beiden etwas. Aber nur sing, bro, da hätte ich, glaube ich, keine Chance. Das ist genau das, was ich planze. Ich habe meinen Nahkampfangriff umgebeindet. So viel zu kein Warzone. Ja, Digi. Äh... Einer unserer Teammitglieder heute ist leider krank. Deswegen waren wir nur zu zweit. Und zu zweit brauchst du in Apex Predator kein Ranked spielen. Leider Gottes, einer der Nebeneffekte, wenn man Apex zockt, ist ein Teamgame. Ganz nur zu dritt. Ich bin der Vater. Äh, der ist mir ja... Wo sind Gegner? Auch so in diesen Kritik hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt, ne? So ein Kritik-Prizin. Let's go! Wuhu! Let's go! Hehehe! Hehehe! Windows, vielen Dank für den vierten. Kuss geht aus, amigo. Viele Dank. Bro, wo sind hier die Gegner, man? Ich suche nicht zum Spaß, yo. Kann man den Agents hier wieder spielen? Angeblich ja, aber ich habe keine Ahnung, ob wirklich ja. Alright. Oh! Bruder, du musst ganz schnell los. Bruder, du musst ganz schnell los. Dr. Ehi, caramba! Ich fahre. Woo! Fresh! YouTube-Loader, let's go! Lets go. die sind darauf spezialisiert Gelernt vom Profi, gelernt vom Profi Oh, dann halt so Wenn du wirklich mir den LKW klauen willst, dann spreng ich ihn lieber, als ihn dir zu geben, Digga Oh Crime Ehrenmann Ehrenmann, gut, dass du es sagst Leute, ich habe zwei neue Partner Kioxia und einmal Instant Gaming Gerne mal die Links auschecken Instant Gaming kriegt ihr so günstig wie fast nirgendwo Games und Playstation Network Guthaben als Beispiel Und bei Kioxia kriegt ihr richtig geile SSDs, 500 GB 1000 GB, 2000 GB, wir gucken uns auch nochmal im Stream zusammen an ein bisschen Oh, scheiße, wie krass der neben mich geschossen hat Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal auf den Link geht Alleine, wenn ihr auf den Link klickt, Leute supportet ihr mich schon, ja Deswegen, ich würde mich wirklich freuen Let's go Ich würde mich wirklich freuen, einfach mal auf den Link gehen Einfach mal die Seite anschauen Viel, viel Dank, Freunde, für euren Support Naja, wie trifft der Typ mich denn schon wieder Ich habe keinen Stun, Digga, fuck Oh mein Gott, Digga, let's go Bruder, du musst ganz schnell los Krasser Laser, muss ich ihm lassen Der Laser war krass Mein Kopfgeld ist beim Shop oder was Achtung, Drohnentreibstoff ist knapp Zurück zur Basis zum Nachteil Er hat aufgegeben, Digga Er hatte einfach Er hatte einfach Safe Rest, aber er gibt einfach auf Ach, Digga Shit, Digga Der hat eine Helmbaumbe kassiert Den habe ich Oh Junge, was passiert hier denn bitte Wie kann das sein, dass ich zwischen fünf Leuten liege Real Talk, wie kann das sein, ich zocke Solo Was sind das für Lobbys gerade Du bist dran, Soldat Zeig diesem Mist, wo der andere reinkt Bereit machen für einen leuten Einsatz Ja, das Lotto ist halt einfach Shit Aber ich muss es spielen, weil YouTube mir das vorgibt Kuss geht raus, YouTube Hab ich nicht mehr gesehen, ne Ich hab ihn einfach nicht gesehen Ach Digga, als ob er hier drin kämpft Hat er jetzt ne Drohne gehabt, Digga Wieso wusste der jetzt, dass ich da komme? Wieso wusste der jetzt, dass ich da komme? Das würde mich halt mal interessieren, Digga Ach Das war's, das war's, Digga Scheiß auf das Zuschauerloader Es ist gefühlt nicht machbar Es ist gefühlt nicht machbar Bei der Waffenmeter Es gibt so viele Waffen, die haben so viel Stärke Ich bin gerade im Nahkampf Als so ein Fin-LMD Kacke Ich bin gerade im Nachbarn Ich bin gerade nemmert Ich bin gerade im Nachbarn Ich bin gerade im Nachbarn Und ich bin gerade im Nachbarn Bis zum nächsten Mal.